Hier eine Patientin nach Mundwinkelaufbau oder Korrektur, jetzt nach zehn Tagen nach der Behandlung zur Kontrolle und da werden wir das noch einmal etwas auffrischen und etwas nochmal stabilisieren das Ganze, aber man kann das Ergebnis bereits jetzt sehr, sehr deutlich sehen. Die Mundwinkel sind beidseitig wieder in der geraden Position. Die Patientin möchte auch ein absolut natürliches Aussehen, das sie auch jetzt hier mitbekommen hat. Die ist auch zufrieden, sieht das auch gerade im Spiegel nochmal, aber auch das Filtrum, wenn man das genau beachtet hat, wurde vor zehn Tagen bearbeitet, also der Armobogen und das sieht einfach nur natürlich aus und die Patientin ist glücklich darüber, wir ebenfalls, dass wir das hier in dieser natürlichen Art auch anbieten können.